Ja hallo Leute, willkommen wieder zu einer neuen Folge Sinnloses Wissen. Und heute habe ich für euch, die Verpackungen von Cornflakes haben mehr Nährstoffe als die Cornflakes, die in der Packung drin sind. Um klar zu stellen, hier behandelt es sich um die klassischen Cornflakes. Ja ich frage mich an dieser Stelle, ich gebe Unmengen an Geld aus, weil so eine Packung Cornflakes ist nicht unbedingt billig. Und an sich kann ich die Cornflakes im Supermarkt lassen und die Packung mitnehmen, weil die einfach mehr Nährstoffe hat. Super. Ja so kann man auch Müll sparen. Wie immer zum Schluss danke ich euch herzlich, dass ihr mein Video angeguckt habt und bis zum nächsten Mal behaltet immer den Daumen oben. Haut rein.